Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier ist das erste Weekly Food. Und zwar zeige ich dir in meinen Videos, was ich so die Woche über esse. Nicht alles, weil es ist natürlich langweilig, jeden Tag dasselbe Frühstück zu sehen. Aber so ab und zu mal auch das, was ich warm esse oder an Naschereien zwischendurch. Und heute Abend gibt es Rosenkohl mit Steak. Und das Steak, das ist hier drüben, das ist noch gefroren. Das ist schon vormariniert. Nicht, dass du jetzt denkst, boah, ist die viel. Das sind zwei Portionen und zwar für meinen Freund und für mich. Und zwar für mich. Und zwar für mich. Zum Abendessen gibt es heute einfach nur eine Portion Pommes für uns beide. Hier natürlich wunderschön angerichtet. Das war auch schon mein Weekly Food für dich. Mein erstes. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Da das Video jetzt nicht so lang war, habe ich jetzt hier für dich noch mein letztes Video. Und auch noch mein letztes Food Diary. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.